So Leute und damit Hallo und herzlich Willkommen zu diesem kurzen Infovideo. Ja, wie ihr es im Videotitel schon gesehen habt, wird dieser Kanal erstmal auf die nächste Zeit nicht mehr so fortgeführt von mir und am Laufen gehalten, wie es jetzt der Fall ist. Ganz konkret bedeutet das, die geplanten Uploads und geplanten Livestreams wird es so erstmal nicht mehr geben. Wenn ich Videos hochlade, dann, ja, weil ich einfach spontan gerade Lust darauf habe oder auch bei den Livestreams wird es das gleiche sein. Denn ich möchte einfach mit meinem Kanal wieder dahin zurückgehen, wie es angefangen hat. Nicht zuletzt deswegen einfach, weil mein Videovorrat immer weiter schrumpft und ich bald keine Videos mehr habe, die ich anbieten kann. Und ich befinde mich zur Zeit in einer psychisch nicht, ja, nicht so besonders guten Verfassung. Da möchte ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Aber das ist jetzt für mich auch wieder eine Möglichkeit, eine weitere, ja, ich will es jetzt nicht Last nennen, weil es mir einfach trotzdem Spaß macht. Aber, ja, doch, es ist tatsächlich zu einer Last geworden, diese Last einfach von mir zu schmeißen und den Kanal, ja, eben wie schon gesagt, wieder dahin zurückgehen, wie ich es früher gemacht habe. Einfach Videos aufgenommen und hochgeladen, wenn ich Lust darauf hatte. Und da ist es dann auch schon mal vorgekommen, dass fünf Videos an einem Tag rausgekommen sind. Aber, naja, bis wir da wieder da angelangt sind, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, ich bedanke mich an der Stelle schon mal für euer Verständnis. Und, äh, ich wünsche euch noch was. Ja, so schnell wollte ich jetzt das Video eigentlich gar nicht beenden, aber, ähm, ja, also wie gesagt, die geplanten Livestreams und geplanten Uploads wird es nicht mehr geben. Und wenn ich Livestreams und Videos mache, dann kommen die spontan. Das war es jetzt für dieses Infovideo. So, äh, ach ja, der letzte geplante Upload, deshalb gibt es auch keine weitere, ähm, keine weitere, soll ich meinen Faden verloren? Naja, egal. Der letzte geplante Upload, keine weitere Programmvorschau, genau, jetzt habe ich es. Der letzte geplante Upload wird Montag Project Zombo sein. Folge Nummer, ich glaube, drei schon, zwei oder drei, weiß ich nicht mehr, auf, ne, egal. Das wird der letzte geplante Upload sein, danach wird es keine geplanten Uploads mehr geben und auch, ähm, ja, Livestreams, auch keine geplanten mehr. Und bei den Livestreams wird es auch schon am Montag keine mehr geben, ab Montag. Ja, genau, das wollte ich euch einfach nur mitteilen. Äh, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch trotzdem einen schönen Samstag und eine gute Zeit. Ich werde nicht ganz von der Bildfläche verschwunden sein, ich bin ja weiterhin trotzdem auf Discord, da könnt ihr mich gerne anschreiben. Aber, äh, ja, wie schon gesagt, geplante Uploads erstmal nicht. Macht's gut, ich wünsche euch was. Tschüss, euer Busfahrer.